Herzlich Willkommen liebe Freunde der Schutz- und Leittechnik. Der Tod jeden Glücks ist der Vergleich. Diesem Wissen Rechnung tragend wollen wir heute nicht Omikrons CT Analyzer und Megas MVCT miteinander vergleichen, sondern beide Geräte in einem Praxistest vorstellen. So kann sich jeder von euch am Ende des Videos ein eigenes Bild davon machen, welches Gerät für die eigenen Aufgaben am besten geeignet ist. Und wir alle bleiben die inneren glücklichen Menschen, die wir sind. Viel Spaß bei unserem Video und los geht's! Im ersten Schritt stellen wir euch beide Geräte kurz vor und zeigen euch dann, welche Erfahrungen wir bei der Ermittlung der Magnetisierungskennlinie und der Kniepunktspannung, bei der Analyse des Genauigkeitsgrenzfaktors ALF, bei der Übersetzungsmessung und mit der jeweilig zu den Geräten mitgelieferten Software gemacht haben. Am Ende des Videos führen wir noch den berühmten grüne Wiese-Test durch. Dazu stellen wir uns folgende Situation vor. Wir gehen mit der Partnerin oder dem Partner in einem Wald spazieren. Plötzlich finden wir einen Stromwandler am Wegesrand. Unglücklicherweise ist das Typenschild zuvor von einem Wirtschaftsingenieur so stark mit Kaffee verbrüht worden, dass es unleserlich geworden ist. Wir können nicht mehr erkennen, um was für einen Wandler es sich handelt. Wir nehmen also den Stromwandler behutsam mit nach Hause und machen es uns fürsorglich zur Aufgabe, sämtliche Wanderparameter dieses Wandlers herauszufinden. Wir beginnen mit der Vorstellung des CT-Analysers von Omikron und halten uns damit an die natürliche Reihenfolge des Alphabets. Der CT-Analyser, welcher von mir auch immer wieder gern als das Wunder von Bern bezeichnet wird, ist ein Gerät zur Prüfung, Kalibrierung und Bewertung von Stromwandern. Er wiegt 8 kg und ist mit den Maßen 360 x 285 x 145 mm annähernd genauso hoch und breit wie der Compano 100 und ist in der Tiefe sogar noch ein ganzes Stück schlanker. Das Display ist ca. 12,5 x 7 cm groß und immer schön sauber, da es nicht als Touch-Display ausgeführt ist. Die Bedienung erfolgt hier über die Knöpfe des Front-Bedienpanels oder wahlweise auch via PC bzw. Laptop. Die Leistungsaufnahme des CTAs beträgt 500 VA, die maximale Ausgangsleistung liegt bei 400 VA effektiv und die Hochfahrtzeit des Systems nach dem Einschalten betrug in unserem Test ca. 11 Sekunden. Der Einsatzbereich liegt zwischen 16 und 400 Hertz. Damit ist von Bahn bis hin zur Luftfahrt jeder denkbare Anwendungsfall abgedeckt. Durch sekundärseitiges Prüfen sind beim CT-Analyzer keine schweren Kabel erforderlich, welche bei großen Übersetzungsverhältnissen oder bei hohen Kniepunktspannungen andernfalls erforderlich wären. Die Niederspannungsmessmethode funktioniert hier aufgrund einer intelligenten Absenkung der Frequenz während des Messverfahrens. Mit dem CT-Analyzer sind generell die folgenden Prüfungen möglich. Die Messung der Wandler- und Betriebsbürde. Ermittlung der Remanenz. Bestimmung des Wicklungswiderstandes. Messen der Magnetisierungskennlinie und Bestimmung der Kniepunktspannung. Analyse des Grenzgenauigkeitsfaktors ALF bei Nenn- und Betriebsbürde. Messung des Übersetzungsverhältnisses und der Polarität. Und sogar die Messung unbewickelter Wandlerkerne mit Hilfe eines Spezialkabels. Zudem kann der CT-A zur Kalibrierung von Wandlern verwendet werden. Der CT-Analyzer ermittelt automatisch alle relevanten Stromwandlerwerte und vergleicht die Ergebnisse mit dem ausgewählten Standard. Das Gerät bewertet so auf Knopfdruck innerhalb von wenigen Sekunden den Stromwandler gemäß IEC 644-1, IEC 644-6, IEC 61869-2, IEEE C5713 oder nationalen bzw. selbst definierten Standards. Die Kniepunktspannung kann von 100mV bis hin zu 40kV ermittelt werden. Nach erfolgter Prüfung wird der Stromwandler standardmäßig durch die Prüfroutine entmagnetisiert. Sämtliche Messergebnisse können auf PC übertragen werden und automatische Prüfprotokolle werden generiert. Diese können ohne weiteres zwischen vielen Sprachen umgeschaltet werden, unabhängig davon in welcher Sprache die Messung durchgeführt wurde. Zur Auswahl stehen die Sprachen Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch. Das heißt, dass ein koreanisch sprechender Portugiese jederzeit in der Lage ist, französischsprachige Prüfprotokolle für einen Kunden in La Rochelle zu erstellen und zu übergeben. Das vereinfacht das internationale Geschäft erheblich. Erfolgt die Prüfung vom PC aus, werden die Nenndaten bequem am Rechner via Tastatur eingegeben. Nach abgeschlossener Messung werden die Daten automatisch an den PC rückübertragen und in der Protokollvorlage gespeichert. Über die bereits genannten Prüffunktionen hinaus stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung. Eine geniale Funktion des CT Analyzers ist die Möglichkeit zur Simulation unterschiedlicher Bürden. Immer wenn eine Änderung der Bürde die Genauigkeit des gemessenen CTs beeinflusst, kann nach nur einer einzigen Messung der CT Analyzer ganz einfach die Ergebnisse für unterschiedliche Bürden und Primärströme berechnen lassen. Des Weiteren verfügt der CTA über ein integriertes Software-Multimeter mit welchen manuelle Prüfungen durchführbar sind. Hier können ohmsche und induktive Widerstände bzw. Impedanzen sowie Polarität und Bürde gemessen werden. Zudem macht Omikron keine große Werbung damit, aber der CTA ist ohne weiteres in der Lage, das Übersetzungsverhältnis von induktiven Spannungswandlern zu bestimmen. Dank der vorhandenen und zugänglichen Bedienschnittstelle können Anwender auch eigene Prüfprogramme programmieren und ihre individuellen Prüfroutinen entwerfen und das Gerät in Automatisierungssysteme integrieren. Eine praktische Liste an optionalen Zubehör steht ebenfalls zur Verfügung. Da wären zum Beispiel Die CT SB2 Umschaltbox für die Prüfung von Stromwandlern mit Mehrfachanzapfungen, mit welcher bis zu 6 Anzapfungen gleichzeitig geprüft werden können. Der CPUL2 Polaritätsprüfer zur Richtungsprüfung. Der Multifunktionstransportkoffer, welcher mit wenigen Handgriffen zum Tisch umfunktioniert werden kann. Oder der praktische Trolley, der für spontane Clubbesuche auch als Rucksack über die Schulter geworfen werden kann. Soviel zum grundsätzlichen Profil von Omicrons CT Analyzer. Kommen wir nun zu MEGAS MVCT. Das MVCT, welches wir auch als das neue Wunder aus Dallas bezeichnen könnten, ist ein Gerät zur Prüfung und Bewertung von Stromwandlern, zur Messung von Übersetzungsverhältnis und Sekundärwiderstand von Spannungswandlern und kann darüber hinaus zur Sekundärprüfung von Schutzrelais verwendet werden. Das MVCT wiegt 9 kg und ist mit den Maßen 360 x 193 x 305 mm etwas größer als der CT Analyzer von Omicron. Das Display ist ganze 23 cm breit und 14,5 cm hoch und darf gerne angefasst werden. Es handelt sich hierbei um ein bei Sonnenlicht lesbares Vollfarb TFT LCD Touchscreen Display, über welches die Bedienung des Gerätes erfolgt. Das MVCT kann auch so konfiguriert werden, dass es ohne Display geliefert und über einen Laptop mit Hilfe von MEGAS Software PowerDB oder mittels MEGAS eigenem Smart Touch View Interface bedient werden kann. Die maximale Ausgangsleistung des MVCT liegt bei 300 VA effektiv und die Hochfahrzeit des Windows basierten Systems nach dem Einschalten betrug in unserem Test 78 Sekunden. Da das MVCT sekundärseitig prüft, sind auch hier keine schweren Kabel erforderlich. Es sind generell die folgenden Prüfungen an Strombandern möglich. Die Messung der Wandler und Betriebsbürde, Bestimmung des Wicklungswiderstandes, Messen der Magnetisierungskennlinie und Bestimmung der Kniepunktspannung, Messung des Übersetzungsverhältnisses und der Polarität, sowie die 1000 Volt DC Isolationsmessung. Mit einem einzigen Knopfdruck führt das MVCT eine Strommandlersättigungsprüfung durch und berechnet den Nennkniepunkt. Die Sättigungsprüfung kann mit Hilfe einer innovativen Gleichstromtechnik Kniepunkte bis zu 30 kV prüfen. Dadurch können fast alle Strommandlertypen mit diesem tragbaren Gerät geprüft werden. Das MVCT berechnet den Nennkniepunkt nach den Normen IEEE C5713.1, IEC 644.1, IEC 644.6 oder IEC 61869. Während die Sättigungsprüfung durchgeführt wird, zeichnet das MVCT die Strommandlersättigungskurve auf dem STVI-Display auf und liefert dem Anwender den Nennkniepunkt gemäß der gewünschten Norm. Da Strommandler manchmal mehrfach Anzapfungen haben, verfügt das MVCT über die Fähigkeit, bis zu 10 Strommandlersättigungskurven aufzuzeichnen und gleichzeitig anzuzeigen. Darüber hinaus können für induktive Spannungswandler das Übersetzungsverhältnis, die Polarität, die Bürde und der Wicklungswiderstand gemessen werden. Das MVCT umfasst zudem ein 1000 Volt DC Isolationsprüfsystem, um die Spannungs- und Strommandlersekundärerwicklung und die Sekundärverkabelung zu überprüfen. Ein weiteres Extra-Feature des MVCT ist die Möglichkeit zur Prüfung von elektromechanischen, analog-statischen und digitalen Überstromrelais einschließlich spannungsabhängiger Richtungsfunktionen. Zu den prüfbaren Funktionen gehören Unter- und Überspannung, einphasige Impedanz, einphasige Leistung, einphasiger Überstrom, Frequenz und Übererregung. Das Prüfgerät MVCT von MEGA bietet zudem die Möglichkeit, sämtliche Messergebnisse auf PC zu übertragen und automatische Prüfprotokolle zu generieren. Auch beim MVCT kann ohne weiteres zwischen vielen Sprachen umgeschaltet werden, unabhängig davon, in welcher Sprache die Messung erfolgte. Zur Auswahl stehen die Sprachen Chinesisch Traditionell, Chinesisch Simplified, American English, International English, Französisch, Deutsch-Koreanisch, Spanisch und Türkisch. Als optionales Zubehör bietet MEGA das Smart Touch View Interface an. Wir wollen nun die Sättigungskurve nach IEC 61869-2 sowohl mit dem MVCT als auch mit dem CTA aufnehmen und verwenden dafür die beiden folgenden Strombandler. Ein 10P5 Leiterstromwandler mit einem Nennübersetzungsverhältnis von 200 zu 5 Ampere mit einer Leistung von 10 VA. Bei unserem zweiten Wandler handelt es sich um einen ausgedienten 10P10 Anfahrwandler. Dieser hat ein exotisches Nennübersetzungsverhältnis von 1,64 Ampere zu 1 Ampere und ist mit 25 VA recht kräftig. Wir beginnen wieder mit dem CTA von Omikron und schauen uns zunächst den Prüfaufbau an. Hier kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Der korrekte Prüfanschluss ist groß auf der Gerätefront abgebildet. Selbst ein promovierter Wirtschaftsingenieur wäre mit einer größer als 50%igen Wahrscheinlichkeit in der Lage, die richtige Verdrahtung vorzunehmen. Wir verbinden einfach den Ausgang und die Sekundärmessung mit den beiden Sekundärklemmen des zu prüfenden Kernes und die Primärmessung mit den beiden Primärklemmen. Nachdem wir die Nenndaten des Wandlers eingegeben haben, drücken wir den Startknopf und die Prüfung beginnt. Die folgenden Ergebnisse konnten wir ermitteln. Die drei durchgeführten Messungen der Kniepunktspannung unseres Anfahrwandlers lieferten die Werte 217,09 Volt, 217,18 Volt und 217,3 Volt. Wobei die Messungen in etwa jeweils 45 Sekunden dauerten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der CTA sämtliche Messungen inklusive der Endmagnetisierung innerhalb dieses Zeitfensters durchführt. Die Ergebnisse für Remanenz, Widerstand, Übersetzung und eine Bewertung der Messergebnisse sind ebenfalls sofort verfügbar. Einzig die Messungen der Betriebsbürde hatten wir vorab deaktiviert, da wir keinen Sekundärkreis angeschlossen hatten. Der CT Analyzer gibt uns auch sofort die Genauigkeitsgrenzfaktoren ALF für den Bemessungs- und Betriebszustand aus. In unserem Fall liegt der ermittelte Bemessungsgenauigkeitsgrenzfaktor bei jeder Messung deutlich über 13. Die Magnetisierungskurve wird grafisch dargestellt und kann zudem mit einem Cursor abgetastet werden. Für den Leiterstromwandler konnten wir die Kniepunktspannung bei 10,95V, 10,96V und 10,96V messen und einen ALF von jeweils größer 8 ermitteln. Die Ergebnisse scheinen dem Typenschild entsprechend plausibel und die Streuung der jeweils drei durchgeführten Messgänge ist vernachlässigbar gering. Schauen wir uns nun die Messungen mittels MVCT an und beginnen wieder mit dem Prüfaufbau. Auch hier kann man nichts falsch machen. Die Prüfschaltung ist ebenfalls auf dem Gerät abgebildet und die mitgelieferten Prüfleitungen sind alle eindeutig beschriftet. Das MVCT wird allerdings nicht mit handelsüblichen Prüfstrippen verbunden, sondern mit einem Spezialstecker. Das hat den Vorteil, dass man bei einer Verbindung mit dem Gerät noch weniger nachdenken muss, allerdings kann man ein defektes Prüfkabel nicht ohne weiteres aus dem Standardkoffer ersetzen. Die Messung der Sättigungskennlinie lässt sich problemlos starten, nachdem wir die Nenndaten des Wandlers und die entsprechenden Prüfoptionen eingegeben haben. Nach einer Messzeit von jeweils 100 Sekunden stehen uns folgende Ergebnisse zur Verfügung. Für den Anfahrwandler konnten wir die Kniepunktspannungen zu 216,13 Volt, 213,99 Volt und 220,33 Volt messen. In diesem Messgang wurde allein die Magnetisierungskennlinie vom Gerät ermittelt und in einer schönen grafischen Darstellung aufbereitet. Den Grenzgenauigkeitsfaktor ALF konnten wir mit dem MVCT nicht bestimmen. Wir haben das gesamte Handbuch und sämtliche Geräteoptionen danach abgesucht. Auf Nachfrage wurde uns mitgeteilt, dass mit dem MVCT der Accuracy Limit Factor bestimmt werden kann, allerdings nur im Rahmen der Typenschildbestimmung. Für den Leiterstromwandler lagen unsere Messwerte bei 11,77 Volt, 11,79 Volt und 11,69 Volt und unterliegen damit nicht der großen Streuung wie beim zuvor gemessenen Anfahrwandler. Schauen wir uns nun die Messung des Übersetzungsverhältnisses an und beginnen diesmal mit dem MVCT von MEGA. Wir testen die Übersetzungsmessung an unserem bereits bekannten Leiterstromwandler. Der Prüfaufbau ist identisch und wir starten die Prüfung. Das MVCT fragt nun mittels Dialogbox ab, mit welcher Spannung geprüft werden soll. Hier muss der Prüfer nun mitdenken und einen geeigneten Wert eingeben. Da wir zuvor die Kniepunktspannung bei größer 11 Volt ermittelt haben, wählen wir mit 10 Volt eine Prüfspannung, die leicht unter dem Kniepunkt liegt. Die Prüfung startet, wir wiederholen die Messung dreimal und erhalten jedes Mal das gleiche Ergebnis von 200 zu 4,992 mit einem Fehler von 0,167%. Hier wird ein positiver Fehler ausgegeben, unserer Erwartung nach hätte dieser eher negativ sein sollen. Die Winkelabweichung wird mit 0 Grad 6 Hochstrich angezeigt. Hier sind wir nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Es liest sich wie 0 Grad und 6 Winkelminuten, was keinen richtigen Sinn ergibt. Im Handbuch konnten wir dazu nichts finden und gehen davon aus, dass 6 Winkelminuten gemeint sind. Was passiert nun aber, wenn der Prüfer eine über dem Kniepunkt liegende Spannung als Prüfspannung wählt? Wir versuchen es einfach mal mit 30 Volt und starten die Prüfung. Das MVCT beginnt mit der Messung und stellt nun fest, dass wir oberhalb des Kniepunktes liegen und so keine sinnvolle Übersetzung gemessen werden kann. Die Prüfung wird abgebrochen und wir erhalten die Meldung, Prüfspannung überschreitet Kniepunktspannung. Bitte geben Sie eine kleinere Prüfspannung ein. Einen Hinweis, wo die Kniepunktspannung liegt und welcher Prüfwert sinnvoll ist, wird nicht ausgegeben. Hier muss der Prüfer zuvor die Sättigungsprüfung durchführen, um die Kniepunktspannung zu ermitteln und dann einen etwas kleineren Wert für die Übersetzungsprüfung ansetzen zu können. Wenn man es weiß, kein Problem. Einfacher ist es da, wenn man gleich mit der Option alle Prüfungen testet und die Option für die Sättigungsprüfung mit aktiviert. In diesem Fall wird die Prüfspannung für die Übersetzung automatisch aus der vorangegangenen Kniepunktbestimmung übernommen und der Anwender kann sich entspannt zurücklehnen. Auch beim CT Analyzer können wir mit unveränderter Prüfschaltung testen und wir starten die Prüfung. Der CTA startet sofort und automatisiert mit der Ermittlung der Übersetzung, indem er zuvor eigenständig die Kniepunktspannung ermittelt und daraus einen geeigneten Wert für die Prüfspannung bestimmt. Für unsere durchgeführten drei Messungen erhalten wir jeweils die gleiche Übersetzung von 200 zu 4,9643 Ampere mit einem Fehler von minus 0,713 Prozent und einem Winkelfehler von 10,29 Minuten. Da eine Winkelminute dem 60. Teil eines Grades entspricht, sind das in etwa 0,17 Grad. Der CTA gibt zudem sehr umfangreiche Ergebnisse für die Übersetzungs- und Phasenwinkelabweichung aus. In Abhängigkeit vom prozentualen Bemessungsstrom und bei unterschiedlichen Bemessungsbögen werden hier übersichtliche Ergebnistabellen generiert. Da die Ergebnisse der beiden Geräte voneinander abweichen, lag es nahe, eine zusätzliche Referenzmessung durchzuführen. Das einzige, was wir in greifbarer Nähe hatten, war unser Compano 100 und ein Messschand. Folgende Ergebnisse konnten wir ermitteln. Der Winkelfehler Delta wurde vom Compano 100 mit 9 Minuten ermittelt. Das MVCT lieferte 6 Minuten und der CTA 10,29 Minuten. Die Übersetzungsmessabweichung Epsilon wurde mit dem Compano 100 mit –0,692% ermittelt. Das MVCT lag bei 0,167%, der CTA bei –0,731%. Kommen wir zur Prüfung mittels PC. Um das MVCT im Rahmen einer Prüfung mit dem PC oder Laptop anzusteuern, muss zunächst Mega-Software-Flaggschiff PowerDB gestartet werden. Wir begnügen uns mit der Lite-Version und starten das Programm. Bei PowerDB handelt es sich um eine universelle Software-Suite für eine Großzahl an Mega-Produkten. Dementsprechend müssen wir unseren Gerätetyp ausfindig machen und auswählen. Die Verbindung zwischen Gerät und Laptop stellen wir mittels Ethernet her und dank einer automatischen Geräteerkennung ist die Verbindung schnell und ohne größeren Aufwand eingerichtet. PowerDB bietet nun je nach Einsatzzweck verschiedene Optionen und wir wählen den Baustein ITMS zur Wanderprüfung aus. Nun können sämtliche Prüfoptionen und Nenndaten bequem am Laptop konfiguriert werden und die Prüfung kann gestartet werden. Der Fortschritt der Prüfung kann auf dem Laptop verfolgt werden. Am Display des MVCT wird eine Blockierungsmeldung mit dem Text Fernsteuerung eingeblendet. Am Ende der Prüfung werden alle Ergebnisse automatisch in anschaulichen Protokollen untergebracht und können gespeichert und gedruckt werden. Um die Prüfung des CT Analysers mit dem PC durchzuführen wird eine kleine schlanke und auf das Gerät speziell zugeschnittene Software installiert. Auf der Startpage des CTA hat man nun die Möglichkeit ein Quick Test Tool zu nutzen um das Prüfgerät gezielt anzusprechen oder man nutzt wie in unserem Fall die Excel basierende Einzelwandlermessung. Auch hier können nun die Nenndaten des Wandlers bequem eingegeben werden und die Prüfung kann beginnen. Der Prüfstatus wird sowohl auf dem PC als auch am Prüfgerät selbst dargestellt. Nach abgeschlossener Prüfung werden umfangreiche und anschauliche Prüfprotokolle generiert und können ebenfalls in digital gespeicherter oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Kommen wir zu unserem letzten technischen Punkt, dem Grüne-Wiese-Test. Hier können wir uns kurz fassen und bereits einleitend klarstellen. Nur mit dem CTA waren wir in der Lage das Typenschild eines unbekannten Stromwandlers zu ermitteln. Der MVCT bietet zwar eine Typenschildabschätzung in den Optionen an, allerdings führt die Aktivierung dieser nicht zum gewünschten Ziel. So wird zum Beispiel unser 200 zu 5 10P5-Leiterstromwandler als 50 zu 1 5P5-Wandler erkannt. Der CTA hingegen war in der Lage, alle Parameter unserer Testwandler zu bestimmen, ohne dass wir auch nur einen einzigen Nennparameter eingeben mussten. So zum Beispiel auch von unserem 50 zu 1 Ampere Umbauwandler. Ein nicht ganz unwesentlicher Punkt bei der Investition in ein neues Wandlerprüfgerät ist natürlich der Preis. Die aktuellen Preise der Geräte dürfen wir hier nicht nennen, eine kurze Anfrage bei den Herstellern wird hier sicher schnell zum Ziel führen. Vielleicht nur so viel, die Preise beider Geräte liegen gar nicht weit auseinander. Das war es auch schon wieder. Unser Fazit lautet, wir haben hier zwei nicht vergleichbare Produkte vorliegen, die jedes für sich seine Stärken mit sich bringen. Der CT Analyzer von Omikron ist ein hochpräzises High End Messgerät, welches zur kompromisslosen Bessung von Stromwandlern mit dem dazu erforderlichen Know-how an Bord die Prüfung mit nur einem Knopf wahrlich zur Meisterschaft bringt. Wer das Wunder von Bern sein eigen nennt, muss sich um das Thema Stromwandlerprüfungen keine Gedanken mehr machen. Das MVCT der Firma MEGA hingegen ist breiter aufgestellt und es können über die klassischen Stromwanderprüfungen hinaus auch einphasige Schutzprüfungen erfolgen. Die Möglichkeit der integrierten Isolationsprüfung ist ein praktisch sehr nützliches Feature im Rahmen von Strom- und Spannungswanderprüfungen, auch wenn wir diese in unserem Umfang nicht explizit getestet haben. Die grafische Umsetzung des MVCT ist aufgrund des großen Farbdisplays Weltklasse. Allein die Animation des Entmagnetisierungsvorganges ist echt großes Kino. Beim MVCT sollte der Anwender etwas Know-how mit sich bringen, die Anzahl optionaler Prüfparameter muss zunächst durchdrungen werden. Für den deutschen Markt muss zudem noch die ein oder andere Übersetzung auf den Punkt gebracht werden. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann drückt bitte jetzt den Daumen nach oben, abonniert unseren Channel, viele Grüße an alle Wirtschaftsingenieure, schaut bald wieder rein und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.